Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, gescheiterter Handel anzunehmen bei Meister Gadwin in Echo Inseln, an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Ist die Folge Quest von Salazanes Rückkehr, darf nun geistloser Troll töten und davon 20. Das sind diese geistlosen Trolle, sind mehr oder weniger über die ganze Insel verteilt. Ein Glück, dass man hier fliegen kann. Ich schau mal, ob wo Merve zusammenstehen, damit ich zusammen pullen kann und das nicht jeden einzeln töten muss. Hier habe ich jetzt was zusammen. Ich bin Frost Decker mit einem Item Level von 334, also nicht sonderlich hoch. Ich glaube, als Stoffi kann man das so nicht machen mit diesem Item Level. Da wird man schnell umgehauen. Aber ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob es wirklich so ist oder ob es als Stoffi auch so gut funktioniert. Ich frage mich, warum ein Todesstoß nicht braucht. Wegungsgeschwindigkeit verringert. Na, das stört nicht beim Kämpfen. Das ist seltsam. Er holt mich aber auch so gut. Und nun brauche ich noch zwei Trolle. Hier sind einige mehr. Hier sind einige mehr. 18. und dann rein. Den hatte ich ja schon angehauen. Jetzt habe ich auch die Aqua von ihm. Versuche nicht mehr anzuhauen als nötig. hat anscheinend geklappt. Jetzt habe ich 20. West ist bereit zu abgraben. West ist abzugeben bei Meister Gradrin in Echo Inseln an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.